Guten Abend, Leute. Willkommen in Salem Slot. Jetzt können wir endlich wieder menschliches Blut saugen. Vampire! Nun seid ihr an der Reihe. Fahrt zur Hölle! Stephen King schuf diese ungeheuerliche Vampir statt. Brennen muss Salem. Der erfolgreiche erste Teil. Larry Cohn, Meister des provozierenden Psycho-Horrors, kommt jetzt mit Salem 2 die Rückkehr. Guten Tag, schlaf schön. Guten Tag.